Ich habe den Beruf gewählt, weil ich einfach einen Beruf haben wollte, wo ich täglich andere Sachen zu tun habe, wo ich mit den Leuten kommuniziere und wo ich einfach sehr, sehr dicht am Kunden dran bin. Ja, die Thematik Versicherung ist jetzt nicht die einfachste, aber man kommt sehr, sehr schnell rein und im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert, wie es immer klingt. Man steht sehr eng beieinander, sage ich jetzt mal, da hilft jeder jedem und das macht den Job eigentlich so besonders oder auch den Beruf so besonders. Und was ich auch sagen muss, was mir noch extrem viel Spaß macht, ist einfach dieses Tun und Wissen, dass man den Menschen in irgendeiner Art und Weise hilft. Ich muss sagen, für meinen Teil ist es ein sehr persönliches Verhältnis, auch gerade in den Geschäftsstellen, weil es halt einfach jetzt bei meinem Arbeitgeber bei der R&V ist, es ist ein sehr, sehr familiäres Verhältnis, jeder kennt jeden, es ist einfach überall die Hilfe da und das finde ich macht es einfach sehr schön, da zu arbeiten. Und deswegen ist es für mich der perfekte Beruf. Mein Name ist Florian Weller, ich mache den EHK-Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Vielen Dank. Vielen Dank.